Hier seht ihr das Adaman I-Fotel. Das ist ein super tolles Hübschus-Hotel. Geradlinig, alles in Weiß. Tolle Lage hier im Pelek. Der Strand ist auch traumhaft schön unten. Mit Stegskammer da reingehen. Und halt geraden Pool. Die haben halt keinen Verschnörzeln. Und auch der Speisesaal, wenn man hereinschaut. Wir können es leider nicht besichtigen, weil es geschlossen hat. Wir werden euch aber heute noch mal weiter ins Space-Hotel gehen. Und hier seht ihr dann das Zimmer. Super schön, da vorne ist Pelek-Stadt gleich. Da hinten dran, das ist Pelek-Stadt. Mit dem Taxi, zwei Minuten Zeit direkt zum Shoppen in Pelek. Wir sind hier im Max Royal.